Hallo zusammen, hier ist wieder Heuchela und heute wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar heute, wie ich euch heute wieder so einen kleinen Achievement-Guide präsentieren. Wir wollen uns heute ein paar mehr Achievements gleich angucken. Ich habe euch nämlich da ein Meta-Achievement rausgesucht und das schimpft sich einmal super thetisiert. Und für dieses müssen wir folgendes machen. Stellt in der Protoform Schmiede von Ceramortus 50 verschiedene Protoform-Kreaturen her. Und da gibt es insgesamt, wie ihr seht, vier Erfolge. Es gibt einmal quasi einen Herstellen, dann gibt es fünf Herstellen, dann 25 und dann die insgesamt 50. So, jetzt fragt sich der eine oder andere, was ist das und was müssen wir dafür genau machen? Als allererstes solltet ihr eure Kampagne in der Zone mal hochspielen auf zumindest drei von den insgesamt, ich glaube sieben Kapitel waren es. Und dann schaltet ihr nämlich dort, wo ich gerade bin mit meinem Twink, hier in der Höhle des Verbanden, eine Konsole frei. Diese Konsole befindet sich jetzt gerade hier hinter mir. Und in dieser Konsole können wir über die Währung Chiffrin der Ersten, die wir übrigens von allen Rares, Kisten, auch von den Daily Quests hier bekommen, verschiedene Sachen skillen. Und wir brauchen hier in der dritten Spalte, Dakar Parish, brauchen wir zwei Sachen. Und zwar hier Verständnis des Dakar Parishen. Da kriegen wir nämlich die Möglichkeit, kleine Kreaturen zu erschaffen. Das sind nämlich Pets, das ist nämlich ein Teil der Kreaturen, die wir für das Achievement brauchen. Und das zweite, was wir hier haben, Verständnis des Sopranesischen. Da können wir dann große Kreaturen herstellen und das sind dementsprechend Mounts. Wie viele gibt es davon jetzt und welche müssen wir bauen? Also ich habe hier mal auf der Seite Simple Armory, weil man es da ein bisschen besser sieht, eine Übersicht. Ihr seht hier unten Protosynthesenschmiede, das sind die ganzen Mounts. Es gibt insgesamt 24 Mounts, die wir holen können. Und dann gibt es hier unten Protosynthesenschmiede, 28 Pets. Das heißt, wir können insgesamt 52 Kreaturen bauen, ein bisschen mehr Pets als Mounts. Jetzt ist die Geschichte so, dass ihr also nicht alle Pets und Mounts bauen müsst, sondern halt nahezu alle. Es ist jetzt so, dass ihr erstmal diese beiden Schmieden freischalten müsst. Die Petschmiede schaltet ihr einfach dadurch frei, dass ihr das hier skillt. Dann holt ihr einen Pokopock raus, der gibt euch eine Quest und die Quest schickt euch hier oben hin. Hier ist der Eingang, dann läuft ihr kurz runter und dann habt ihr die Petschmiede freigeschalten. Bei der Petschmiede ist es tatsächlich auch schon so, dass ihr einige Pläne schon habt. Die restlichen müsst ihr euch holen, habe ich aber auch schon ein Video zugebastelt. Bei der Mountschmiede läuft es einen Ticken anders ab. Sobald ihr das zweite geskillt habt für die Mountschmiede, ist es so, dass wir quasi hier im Lager eine Quest bekommen. Und die müssen wir dann erstmal absolvieren. Das ist so eine kleine Questreihe. Jetzt muss ich mal kurz gucken, wenn ich das jetzt hier einblende. Es gibt nämlich hier eine Special Kiste, da sieht man nämlich auch, was man genau für braucht. Und zwar diese Quest, die wir dann hier im Lager Huld des Pilgers kriegen, die schimpft sich nämlich, findet Tully. Und das ist eine Questreihe, vielleicht sind es zehn Quests, die sind alle hier in dem Militiergebiet. Wenn euer Twink zu low equipped ist, ihr müsst nämlich am Ende so einen Boss hier in der Höhle umhauen, der so 300-400k Leben hat. Ein bisschen Gier braucht man oder man macht das halt mit einer Gruppe, dann kann man das aber auf jeden Fall machen. Und am Ende der Quest schaltet man hier die Mountschmiede frei. Bei den Mounts, wenn man die Schmiede freischaltet, hat man lediglich einen Plan, den man am Anfang kriegt. Alle anderen muss man holen, aber auch da habe ich ein Video gemacht, wo ich euch zeige, wie man alle von diesen Mountplänen einmal besorgen kann. Also da am besten einfach mit nie Video Playlist reinschauen. Sobald wir dann die beiden Schmieden haben und dann losgetigert sind, die ganzen Pläne zu holen, diese Pläne gibt es übrigens von sehr vielen verschiedenen Quellen. Ihr kriegt die aus irgendwelchen Schätzen raus, die droppen teilweise auch von Raid-Bossen und aus vielen, vielen anderen Quellen. Aber wie gesagt, da habe ich schon mal Videos zu gebastelt, brauchen wir ein paar Materialien, um diese ganzen Sachen dann einmal herzustellen. Es gibt eigentlich drei Unterarten oder es sind sogar vier Arten von Materialien. Die erste Materialie, die wir brauchen, sind die Genesis-Partikel. Hier ist es so, dass wenn ihr euch alles craften wollt, ihr ein bisschen über 18.000, irgendwas zwischen 18.000 und 90.000 von den Genesis-Partikeln braucht ihr. Diese könnt ihr von jeglichen Mobs in der Zone quasi bekommen. Ein beliebter Farm, wenn man die quasi durchgehend farmen will, ist hier unten. Das sind so Verschlingermobs, die spawnen die ganze Zeit aus Portalen raus. Da gibt es eigentlich x Gruppen im Tool, da kann man sich einfach hinstellen und die Verschlingermobs quasi in der Gruppe ständig umhauen. Da kann man die farmen, da habe ich auch meine 18.000 gefahren. Ihr könnt es aber auch gechillt angehen und einfach sagen, hm, nach und nach, wenn ich eh in der Zone unterwegs bin, kriege ich die quasi raus. Dann die nächste im Kategorien Materialien sind quasi die Gitter-Items. Das sind hier Prophonit-Gitter oder Kervit-Gitter. Die sehen halt alle gleich aus, weil Blizzard, ja, da sich keine neuen Symbolchen holen wollte, die droppen im Endeffekt immer von den Arten Mobs, wie sie heißen. Also Kervit-Gitter-Dropf von Kervit und ein Raptora-Gitter-Dropf von einem Raptora. Ich habe aber auch ein Video gemacht, wo man die am besten farmen kann. Auch das werde ich euch mit in der Playlist rein verlinken. Dann die dritte Materialie oder die dritte Art Materialie sind immer die Mauern-Special-Materialien. Da braucht man immer nur eins von. Zum Beispiel hier schlundgebundenes Zaumzeug oder Werkzeugunbegreifliche Experimente. Das ist immer eine Special-Materialie. Die sind relativ selten, diese Sachen. Und auch da habe ich ein Video gemacht, wo alle diese Special-Materialien droppen. Die solltet ihr, ja, fokussierter farmen, würde ich mal sagen. Denn man braucht schon ein bisschen Zeit und Glück, dass man diese tatsächlich bekommt. Die sind auch Battle.net-Account gebunden, diese Items. Also die könnt ihr auch auf mehreren Twings farmen. Zum Beispiel hier dieses Werkzeug droppt jetzt zum Beispiel von dem Raid-Boss. Und da macht es schon Sinn, dass man das vielleicht mit mehreren Shards farmen. Das hat, glaube ich, um die 5% nur Drop-Chance. Da ist Battle.net-Account gebunden, könnt ihr dann auch von Shard zu Shard schicken. Die Gitter übrigens, die sind gar nicht gebunden. Die könnt ihr auch mal Haarkaufen. Mittlerweile sind die relativ günstig. Falls ihr das Farmen euch ersparen wollt, könnt ihr die einfach komplett aufkaufen. Und die letzte Art von Materialie, die wir dann hauptsächlich für die Pets brauchen, ist einmal hier die Schimmer-Items. Die haben auch alle dasselbe Symbol. Gibt es auch relativ viele von diesen. Und die kann man auch wieder von allen möglichen Arten an Mobs, meistens auch Rares, bekommen. Und auch dazu habe ich ein gesammeltes Video gemacht, wo man diese alle herbekommt. Heißt, wenn euch da noch Informationen fehlen, dann schaut da am besten dort noch rein. Gut, das sind soweit die Informationen, die ich euch geben kann. Jetzt vielleicht noch so ein paar kleine Tipps am Rande. Ich habe ja meine 50 Mounts bzw. Pets gecraftet. Zwei Sachen fehlen mir jetzt noch auf die 52. Das ist ja das Maximale. Die beschissensten Sachen ist halt einmal ein Mountplan, der aus der Paragon-Kiste rauskommt. Also das wird wahrscheinlich auch der sein, der euch am Ende noch fehlen wird. Sobald man nämlich die Erleuchteten auf R-fürchtig hat, was bei meinem Main jetzt gerade noch einen Ticken dauert tatsächlich. Zumindest zur Zeit der Aufnahme hier. Und sobald ich auf R-fürchtig bin, kann ich dann halt nochmal 10.000 extra rufen. Sobald ich jetzt bei den anderen Fraktionen hier farme und kriege dann eine Paragon-Kiste. Und dieser Kiste kann dann dieser Plan drin sein. Und der letzte Pet-Plan, der mir noch fehlt, vielleicht wird euch auch fehlen, ist von einer Quest. Und zwar schimpft sich die Quest Putt-Putt-Bumm. Das ist eine Daily-Quest, die ist relativ selten da. Und da kann der Plan dann rausdroppen von einem aggressiven Purit. Ja, dieses Problem ist auch für EU, zur Aufnahme des Videos ist dieser Plan noch buggy und konnte nicht droppen. Vielleicht fix Blizzard das mal, ist aber halt auch ein bisschen blöd, weil dieser Plan tatsächlich schon mal dadurch limitiert ist, dass er bis jetzt nicht gedroppt ist. Und diese Quest auch extrem selten ist. Also selbst wenn Blizzard das jetzt gefixt hat, kann es sein, dass es halt dann mehrere Wochen dauert, bis diese spezifische Daily-Quest am Start ist. Genau. Also da vielleicht ein bisschen aufpassen. Wenn ihr jetzt zum Beispiel mit einem Twink den Plan irgendwann, wenn das gefixst ist, von Putt-Putt-Bumm kriegt, könnt ihr das Pet auch auf dem Twink herstellen. Und kriegt trotzdem das Achievement hier, wenn ihr alles andere mit einem anderen Char erstellt habt. Denn das ist hier Battle-Net-Account gebunden. Und dementsprechend zählen verschiedene Fortschritte von Twinks zusammen. Und auch von eurem Main. Also das ist ganz praktisch, sobald es hier blau markiert ist, könnt ihr theoretisch mit 50 Chars jeweils ein Ding herstellen. Es müssen aber unterschiedliche sein, ganz wichtig. Also ihr könnt nicht 50 mal das gleich herstellen, sondern 50 verschiedene, müsstet zusammenzählen. Und ihr bekommt quasi trotzdem das Achievement. Gut, das waren soweit die Tipps, die ich euch geben kann. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich helfen. Versteht, dass ich jetzt hier nicht alle Informationen in das eine Video reinpacken kann, mit Plänen und allen Drop-Items. Und wie gesagt, da habe ich extra Videos zugemacht. Die werde ich euch einmal noch verlinken. Falls euch da noch was fehlt, schaut gerne rein. Euer Tila. Bis zum nächsten Mal. Ciao.